Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich stelle euch jetzt von Essex den neuen Gel Trail Attack 7 vor. Ein Trail-Schuh, der besonders für die gemäßigten Wald- und Schotterböden geeignet ist und vor allen Dingen ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. Er verfügt über ein robustes, doppellagiges Mesh-Gewebe im Obermaterial, das im Zehen-Bereich und im Fersen-Bereich noch verstärkt ist. Seine guten Dämpfungseigenschaften bezieht er durch eine Spewa-Zwischensohle mit zusätzlicher Gel-Fersendämpfung. Die Außensohle zeichnet sich durch lange Haltbarkeit und durch ein rutschfestes Profil aus. Ja, der Gel Trail Attack 7, ein Schuh, der besonders für Läufer geeignet ist, die im gemäßigten Gelände unterwegs sind und natürlich aufgrund seines Preis-Leistungsverhältnisses auch für Trail-Einsteiger. Und ihr könnt ihn in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. Das war's für heute.